Prinz William und Herzogin Kate gelten als eines der royalen Vorzeige-Ehepaare unserer Zeit und begeistern ihre Fans stets mit ihren öffentlichen Auftritten. Die beiden Royals, die sich auf der Universität kennen und lieben gelernt haben, sind seit 2011 verheiratet. Gemeinsam haben der Prinz und die Herzogin bereits drei gemeinsame Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Zusammen meistern William und Kate die königlichen Aufgaben, Reisen und Staatsbesuche, die sie auf ihre Zukunft als König und Königin von England vorbereiten sollen. Bei öffentlichen Auftritten halten Prinz William und Herzogin Kate sich immer streng an die royale Etikette und wahren stets einen gewissen Abstand. Doch zwischendurch fangen die Kameras die seltenen Momente ein, in denen das Paar den ein oder anderen verliebten Blick austauscht. Was wird da wohl miteinander gemunkelt? Während eines Besuches in Cornwall im Jahr 2016 stecken Prinz William und Herzogin Kate die Köpfe zusammen. Im Juli 2011 machte das frischgebackene Ehepaar einen Besuch in Kanada. Prinz William hilft seiner Frau Kate in den roten Pullover der kanadischen Rangers. Gemeinsam lachen können Prinz William und Herzogin Kate nach all den Jahren im Rampenlicht anscheinend immer noch sehr gut, wie diese Bilder beweisen. Sicher ist, dass Prinz William und Herzogin Kate sehr viel Spaß miteinander haben. Wie auch diese schöne Aufnahme des Paares während ihrer Tour auf den Bahamas zeigt. Dieses Foto hat einen ganz intimen Moment eingefangen, der Prinz William und Herzogin Kate backstage bei einer Preisverleihung zeigt. Ganz vertieft. Dass Kate den Arm um ihren Mann legt, ist schon eine kleine Besonderheit bei offiziellen Auftritten. So verliebt möchte doch jede Frau von ihrem Ehemann angesehen werden, wie es Prinz William auf der Premiere des neuen James-Bond-Films tut. Auch als Eltern, die ihre Kinder auf der kanadischen Tour 2016 mit Luftballons bei Laune halten müssen, machen Prinz William und Herzogin Kate eine tolle Figur. 2016 zeigen sie sich ausgelassen in den französischen Alpen. In ihrem ersten gemeinsamen Urlaub als Zweifacheltern darf eine Schneeballschlacht natürlich nicht fehlen. Da darf man sich aber auch mal freuen. Prinz William und Herzogin Kate feiern gemeinsam das britische Olympiateam. Der Sport ist die gemeinsame Leidenschaft des Pärchens, welches es bei öffentlichen Auftritten gerne ausführt. Dabei treten Kate und William auch gerne mal gegeneinander an und messen ihre Kräfte. Solange sie sich danach wieder in den Arm nehmen, ist doch alles gut. Wir sind uns einig. Egal wo Prinz William und Herzogin Kate auftreten, sie sind ein echtes Power-Couple. Das Paar beweist, dass sie gemeinsam die große Aufgabe der royalen Thronfolge in Zukunft meistern werden. So einför приз da. So einig. So einig. So einig. So beeif adaptive die große Aufgabe der платierung.